So, einen wunderschönen guten Morgen. Tom und ich befinden uns im Zug auf der Fahrt nach Freiburg, wie schon angekündigt. Und wir werden euch ein bisschen mitnehmen auf unserer BPA-Fahrt nach Berlin. Taki Mehmet Ali hat uns eingeladen und wir wollen euch so ein bisschen zeigen, was für unsere Eindrücke sind, wie wir die Sachen, die mit uns gemacht werden, so finden und versuchen jetzt gerade ein wenig wach zu werden zu dieser für einen Sonntag kriminellen Uhrzeit und hoffen auch sehr, dass dieser Zug pünktlich in Freiburg ankommt, sonst gibt es schon die ersten Probleme. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.